Hallo VfR-Fans, hallo Sportfreunde, herzlich willkommen zum VfR-TV. Heute mit einem besonderen Highlight, unsere zweite Mannschaft spielt um den Aufstieg, aber schaut es euch doch einfach mal an, ich melde mich wieder in der Halbzeit. Das Schatz steht schwarz-weiß, die Spieler sind auf jeden, Gegner heften auf den Längen mit Schlaggesängen, da stehen die Fans in großen Fängen und alle wissen, hier ist er, der Fallberg, der Fallberg. Und alle wissen, hier ist er, der Fallberg, der Frauenfeld. Hintenspielminute, 1 zu 1. Das sind drei Meter, die. Hi. 2 Jaue! Die Kamera schaut still schwarz-weiß Die Spieler sind auf jeden Kinder hässchen auf den Längen Mit Schlaggesängen Da stehen die Fans in großen Händen Und alle wissen hier ist der Der Feuerwehr, der Feuerwehr, um alle wissen, hier ist er. Der Feuerwehr, der Bauernberg. Hey, 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 hey. Bauernfreude, Feuer und Zinn, deine Fans, sie lieben dir. Hey, 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 hey Die Kameradschaft steht schwarz-weiß, die Spieler sind auf jeden, Gegner häften auf den Rängen, mit Schlaggesängen, da stehen die Fans in großen Fängen und alle wissen, hier ist er, der Wahlberg, der Wahlberg. Und alle wissen, hier ist er, der Wahlberg. Wir haben einen Ball wieder zu, wir haben es wieder gekriegt. Haben Sie reiht? Das war ja schon mal eine Halbzeit nach Auftakt 3 zu 0. Ich glaube, besser ging es kaum. Noch ein, zwei Chancen hätten sie mehr machen können. Aber schauen wir gleich mal in die zweite Halbzeit herein. Ich bin der Punkt gut. Ich bin der Punkt wirklich in der Klinik, der mir jetzt nicht mal in der Kurschule. Ich bin der Punkt, der mitgekriegt ist. Ich bin der Punkt, der mitgekriegt ist, den meiner. Vielen Dank. Der Kameradschaft steht schwarz-weiß, die Spieler sind am Leben. Kinder heißt denn auf den Lenken, mit Schlaggesängen, da stehen die Fans in großen Fängen und alle wissen, hier ist er. Der Kameradschaft steht schwarz-weiß, der Kameradschaft steht schwarz-weiß, der Kameradschaft steht schwarz-weiß. Der Kameradschaft steht schwarz-weiß, die Spieler sind am Leben. Kinder heißt denn auf den Lenken, mit Schlaggesängen, da stehen die Fans in großen Fängen und alle wissen, hier ist er. Der Kamerad, der Kamerad und alle wissen, hier ist er. Der Kameradschaft steht schwarz-weiß, die Spieler sind am Leben. Kinder reißen auf den Lenken, mit Stoffgesenken, da stehen die Fans mit großen Wänden und alle wissen, hier ist er. Der Hammer, der Hammer und alle wissen, hier ist er. Mit den Abpfiffen ist es jetzt amtlich, die zweite Mannschaft des VfL Garching ist aufgestiegen. 6 zu 1 setzen sie sich durch, herzlichen Glückwunsch und die nachfolgenden Szenen möchte ich euch gerne allein gelassen und genießt die Bilder einfach. Herzlichen Glückwunsch, Stanko, Ralf und der ganzen Mannschaft. Musik 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Also Jungs, ich muss sagen, das war ein absolut fantastisches Jahr. 100 Tore in 23 Spielen, Hut ab. Wenn man überlegt, wie es letztes Jahr war und wie es dieses Jahr ist, von der Gemeinschaft her, also da kann ich nur den Mut ziehen. Ich bin so euphorisch, ihr könnt jetzt in die Luft springen. Jetzt kommt, komm her, sag auch was, Spezi. Jetzt hat der auch noch was zu sagen, der Code zu unserer Mannschaft. Das war halt einfach ein überragend geiles Jahr. Und die Jungs haben's super gemacht. Und es haben eben bloß 11 gekämpft, es haben 16 gekämpft. 17, 17 waren immer dabei. Aufsteiger! So, der schneid's raus. Aufsteiger! 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 Deine Liga ist schon klar! Deine Liga ist schon klar! Bezirth X Liga kommt er noch! Bezirth X Liga kommt er noch! Wir sind die Schwaste! Hier sind die Weißen! Hier sind diejenigen, die grünen einen Scheißen! Hohe, hohe, hohe! Hohe, hohe, hohe! Hohe, hohe! Feuer, Feuer! Feuer, Feuer! Feuer, Feuer! Willkommen zurück! Auch wenn es schon langsam dunkel geworden ist, glaube ich, dass unsere zweite Mannschaft noch die Nacht zum Tag macht. Und mit diesen schönen Bildern verabschiede ich mich auch. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!